Du hast es geschafft, Rocky, dass ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe. Ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt und du hast mir Sachen entlockt. Das erzähle ich jetzt auch nicht jedem, dass ich Mühe habe zum Out of my comfort zone. Das hast du geschafft. Du hast mich gebracht, dass ich das lustvoll erzähle. Und das ist eigentlich das Ziel, das Grundziel von jedem Interview. Dass man den anderen bringt, authentisch, ehrlich und echt zu erzählen von sich. Und es braucht Mut, sich auf den Weg einzuladen und vielleicht die Fragen, die man sich noch beantwortet hat. Ich muss das auch immer wieder üben. Amig habe ich den Mut. Amig gelingt es. Amig nicht. Hey, das ist das erste Fernsehinterview. Ich denke, wir können es gut sagen. Well done, y'all. Thank you. Sehr gut.